Ähm, Ida ist Pico und ich bin Carolin. Ich bin Carolin. Und Papa ist der da. Was ist das? Pony! Pony! Papas Herr Hund. Das ist ein Pony. Dieses Wimmelwörterbuch gehört Eva. Der Blumenpferd, die Herde, die Tränke, das Fohlen, das Pony, der Löwenzahn, das Gras, der Hengst, die Stute, Füttern, der Zahn, die Gänseblümchen, das Gatter, die Futterkappe, und der Unterstand. Oh Ballon! Ballon! Ja und die Ohrballon. Die Trauweide. Der fliegt hoch in die Luft, ne? Ja. Guck. Pony! Oh Ballon! Das sind Kaltblüter. Das sind Warmblüter. Das sind Warmblüter. Das sind Ponys. und Stockmarf. Und Stockmarf? Und das sind Polen. Polen. Das ist ein Andalusier. Was denn? Der Apollosa. Der Apollosa. Der Ara... Der... Okay Leonard, welche möchtest du hier haben? Ich möchte Dista und Dista und fertig. Welche möchtest du hier haben? Ich habe den Andalusier und der Araber. Aber guck mal, der ist richtig schön. Ah, ich nehme den. Der war aber frei. Aber guck mal, da ist auch so ein richtiges. Da ist auch so ein Schimmel. Nur ein Baby. Da ist ein Baby. Und Baby heißt Fuhlen. Ja. Nein, Leonard. Nein, Leonard.